Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister. Der Prophet, alaihissalatu wassalam, sagte, Man ahabba sunnati fakat ahabbani, wa man ahabbani kana ma'aifil jannah. Wer meine Sunna liebt, der liebt mich, und wer mich liebt, der wird mit mir im Paradies sein. Deswegen ein Zeichen, dass wir den Propheten wirklich lieben, und dass wir Allah lieben, ist, dass wir den Propheten folgen. Allah sagt in Surah 3, Vers 31, Sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, also Mohammed soll sprechen, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben. Und deswegen möchte ich euch heute acht Sunna, also acht Sunnataten vom Jum'a, vom Tag des Freitagsgebetes erklären, beziehungsweise kurz euch aufzählen. Am besten macht ihr euch eine Liste, dass ihr versucht, das abzuhaken, an jedem Jum'a, und ihr sagt das dann auch noch anderen weiter, damit wir die Sunna so weit wie möglich verbreiten. Denn das ist etwas, was wir tun können. Wir haben es mit so vielen Traumtänzern zu tun, die über große Probleme reden, aber die es noch nicht mal schaffen, die kleinen Sachen zu schaffen. Es ist ganz klar, wenn du kleine, und wenn du dann mit solchen Sachen kommst, so kleine Sunnarn, wie zum Beispiel parfümieren, Zähneputzen, etc., am Yom'u Jum'a, Salawat über den Propheten sprechen, dann sagen sie, haben wir keine wichtigeren Themen heute in der Umma. Das Problem ist, Allah gibt Barakah für die Umma, also für die islamische Gemeinschaft, wenn sie der Sunna folgen. Allah gibt Segen daran. Und es gibt eine Regel, eine logische Regel. Wenn du keine kleinen Veränderungen bei dir selber schaffst, wirst du auch keine großen Veränderungen für die Gesellschaft hervorbringen. Es ist ganz klar. Es ist ganz klar. So, deswegen zähle ich euch das kurz auf. Erstens, Russen. Ganz Körperwaschung. Bad, Dusche, am Yom'u Jum'a. Okay? Zweitens, Surul Kev lesen. Die 18. Sessure. Und hier habe ich schon mal gehört von jemandem, der erzählt hat, das muss man bis zum Jum'a-Gebet gelesen haben. Das stimmt nicht. Bis zum Ende des Tages kann man das gelesen haben. Nummer drei. Parfümieren. Und am besten mit Parfüm, wo kein Alkohol drin ist. Und hier habe ich schon ein Leckerchen. Könnt ihr es riechen? Warte mal. Riecht mal. Ach nee, die Handys haben ja noch keine Geruchsdings. Bestimmt, irgendwann kann man bestimmt auch immer die Handys riechen. Aber das hier ist sowas von lecker. Ich bin normal gar nicht so ein Parfüm-Fan. Aber Alhamdulillah. Nummer vier. Zähneputzen. Nummer fünf. Nummer vier. Nummer vier. Zähneputzen. Nummer fünf. Salawat. Dass man sagt, Allahumma salli wa sallam, Allahumma sallallahu alayhi wa sallam und so weiter. Übrigens, was macht man beim Chutbatul Jum'a, wenn der Imam sallallahu alayhi wa sallam sagt? Oder wenn er den Namen des Propheten erwähnt? Sheikh al-Albani sagt, man sagt gar nichts, weil der Prophet alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam ja gesagt hat, wenn jemand zu seinem Bruder am Jum'a-Jum'a sagt, sei leise, also der will Gutes gebieten, weil der gerade laut ist neben dem Jum'a-Gebet, der hat schon unbedachte Rede geführt. Das heißt, man soll gar nichts sagen. Aber Sheikh bin Baez, Sheikh Huthamin, die sagen, man sagt dann, sallallahu alayhi wa sallam, leise für sich. Also nicht so wie in manchen Moscheen der Imam sagt, sallallahu alayhi wa sallam, und dann sind alle, sallallahu alayhi wa sallam, sondern in sich selber, leise. Okay, dann, man soll früh zum Jum'a-Gebet gehen, das ist das Beste. Nächste Sache, Dua, Dua, die letzte Stunde von Asar, also die letzte Stunde von Maghreb, ist inshallah die Stunde, wo die Dua erhört wird. Und glaubt es mir, ich wünsche euch vielleicht so viele Sachen, nutzt diese Chance. Und Nummer 8, versuchen die schönste Kleidung anzuziehen. Wenn man sich in diesen kleinen Sachen Mühen gibt, ihr werdet sehen, es gibt viel Segen ins Leben. Das sind meine Worte von heute. Noch etwas, was ich sagen wollte. Beim Jum'a-Gebet, weißt du, heute sind mir einige Brüder aufgefallen, beim Jum'a-Gebet nicht reden. Nicht reden. Solange noch nicht Ikama gesagt wurde, nicht reden. Der redet mit dem und der begrüßt den. Und das ist, sobald man die Khutba hört. Sobald man die Khutba hört. Nicht erst, wenn man sitzt. Sobald man in der Moschee, sobald man die Khutba hört. Wallahu alayhi wa sallam. Allah khairan, subhanahu alayhi wa bihamdik. As-salamu alaykum.